hallo leute Nachdem ich jetzt meine Werkstatt eine Stunde lang vom Staub befreit habe, brauche ich jetzt auch nichts mehr anzufangen, jetzt ist es schon wieder zu spät und da habe ich mir gedacht, ich könnte euch eigentlich mal meinen PBW 600 von Post vorstellen. Ich hatte mal ein Video damit gedreht, aber das war eigentlich mehr so ein Spaßvideo und hatte mit dem Tisch großartig nicht viel zu tun gehabt. Ich mache uns jetzt noch ein bisschen Platz. Der Tisch ist eigentlich ruckzuck aufgestellt, ich stelle den Fuß hier unten drauf, ziehe den hoch, das geht alles total einfach. Klappt ihn ab, das war es schon. Der Tisch hat hier eine kleine Ablagefläche, da kann man schön sein Bleistift reinlegen oder sein Metermaß. Der Nachteil, wenn ihr jetzt den Tisch auseinander wagt, kommt ihr da nicht mehr dran. Ich meine, wer lässt denn sich sowas einfallen? Also vergessen wir das Teil. Die Spannbecken, die sind hier nebendrin. Und das ganze Ding ist wirklich sehr, sehr stabil. So, wenn ihr den Tisch wieder zusammen machen wollt, gibt es hier so einen Haken an dem man sieht, dann klappt der schon um. Das geht auch ganz einfach. Dann brauchen wir nur noch hier diese Knöpfchen reinzudrücken und fertig. Schon kann man ihn nehmen und irgendwo hinstellen. Das Ding hält wirklich richtig Wasser aus. Also auf jeden Fall schon mal 90 Kilo. So, der ist schön fest. Da kann man jetzt auf einer sehr bequemen Höhe was arbeiten. So, der ist schön. So, der ist schön. Aber ein Teil ist schön. So, der ist doch schön. So, der ist schön. Spannungsgeladene Also man kann da schon richtig was dran arbeiten, ohne dass man Angst haben muss, dass irgendwas auseinanderfällt. Wenn ihr jetzt ein breiteres Brett einspannen wollt, nicht hochgehauen, sondern so, geht da das nächste Loch und spannt es halt so ein. Let's get it out one level. Let's get it out one level. Dadurch, dass der Tisch hier Bohrungen überall hat, kann man zum Beispiel auch solche Schnellspannen zwingen. Schön dran befestigen. Okay. 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 Das ist auch nicht schlecht. Was ich jetzt nicht so gut finde. Jetzt einfach, dass man hier nicht gerade schön was festmachen kann. Da ist einfach immer irgendwas im Weg. Wenn ihr zum Beispiel noch was klemmen wollt, kommt man nicht so gut dran. So Leute. Ich hoffe das Video hat euch gefallen und ihr habt jetzt mal einen Eindruck bekommen, was man mit dem Tisch alles machen kann. Ich benutze ihn sehr oft und hauptsächlich im Freien oder auch hier in der Werkstatt nehme ich ihn gerne als Beispiel dazu, wo ich noch was ablegen kann, wenn mir der Platz nicht reichen sollte. Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. So das war's von mir für heute. Ich werde hier noch ein bisschen Staub fischen und machen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Auka. Tschüss. rounds ее